In Deutschland darf man endlich wieder essen gehen. Man darf wieder zu seinem Lieblingskriechen oder in sein Lieblingsrestaurant. Allerdings gelten strenge Hygiene- und Abstandsregelungen. Für alle Lokale heißt dies maximal zwei Haushalte an einem Tisch und mindestens fünf Quadratmeter Platz pro Gast. Bei einer Fläche von 100 Quadratmeter können also lediglich 20 Gäste bewirtet werden. Bedienung und Küchenpersonal müssen Mundschutz tragen. Für Gäste wird dies außer beim Essen ebenfalls empfohlen. Alle Gäste müssen außerdem ihre Kontaktdaten hinterlassen. Trotz allen Auflagen, Themis Gastronom des griechischen Lokals im Abseits bei Themis in Bad Kissingen-Garitz kann bald wieder durchatmen. Und ist erleichtert über die Lockerungen der Landesregierung Bayern im Gastronomiegewerbe. Und er sieht sich bald nicht mehr im Abseits stehen, was ihm der Coronavirus bestimmt hat. Um in vollen Zügen in der Corona-Zeit sicher genießen zu können, hat sich Themis der pfiffigen Idee des Gütesiegels aus der Gastrowelt Bad Kissingen angeschlossen und dokumentiert mit geschlossener Stärke gegen den Coronavirus und deren Verbreitung. Mit all diesen Maßnahmen ist sich Themis Papatopoulos sicher, seine Gäste auch weiterhin in diesen schwierigen Zeiten im Abseits bei Themis begrüßen zu können. MÜZİK 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 Untertitelung des ZDF, 2020